Ja, ich bin selbst in der Jugendarbeit groß geworden, Land, Jugend, Feuerwehr, mich in vielen Bereichen engagiert. Ich weiß, was hier Städte und Gemeinden leisten. Für mich als Bürgermeister war es schon immer wichtig, Jugendbeteiligung zu machen, selbst sich was zu organisieren, was man nicht hat. Hier bieten unsere Vereine zwar vieles, aber wir haben auch vielen Städten und Gemeinden Jugendparlamente, da können sich junge Leute einbringen. Wir sind, glaube ich, toll organisiert Richtung Landkreis mit dem Kreis Jugendring. Mein Ansatz war es immer, auch schon nicht organisierte Jugendliche zu unterstützen, hier auch vom Landkreis her Möglichkeiten zu schaffen, hier diese Arbeit zu unterstützen, voranzubringen. Der Kreis Jugendring muss gestärkt werden und so kann man mit Vernetzung, mit Zusammenarbeit Themen auch nach oben bringen und Richtung Landkreis. Aber wichtig, wie gesagt, dass es in Städten und Gemeinden Möglichkeiten gibt, sich hier ins direkte Umfeld, wo ich lebe, wo ich wohne, einzubringen.